Die 2.TV bei krangefeiert und neben mir steht Patrick oder Patrick? Patrick, bitte. Patrick Hufen. Hallo, ich grüße dich. Was macht ein Versicherungsgutachter bei so einer Schlagerveranstaltung? Also grundsätzlich sehe ich ja wahrscheinlich nicht so aus, als wenn ich Schlager hören würde. Aber ich höre tatsächlich Schlager und ich bin hier mit meinem Freund Alm Klausi, der startet ja gerade richtig durch mit Mama Lauda und hat gesagt, Junge, komm doch mal rum, irgendwie würde ich mich freuen. Und ja, sind wir hier, haben sehr viel Spaß, ist eine Riesenveranstaltung, ist rappevoll, also mehr geht nicht. Da gebe ich dir absolut recht, wir haben dich vor ein paar Monaten schon mal, oder ja, schon letztes Jahr gewesen auf der Veranstaltung gesehen, da war ich genauso herstaunt. Also, alle Achtung. Ja, ich bin so ein bisschen, also die Schlagerszene, das ist schon eine nette Geschichte, da ist immer Riesenstimmung. Das ist kurzweilig, das ist jetzt nicht so anstrengend, dass man da irgendwie acht Stunden nur stehen muss, sondern man kann sich mal irgendwo ein Eckchen stellen, ein Bierchen trinken. Also ich finde, das ist eigentlich eine gute Sache und wie gesagt, jetzt mein Freund Alm Klausi, dann hat man natürlich so einen besonderen Bezug und da sind wir jetzt hier. Das ist wunderbar. Sag mal, deine Serie läuft gerade wieder auf RTL, soweit ich informiert bin. Meine Serie läuft auf RTL Plus, da werden alle alten Folgen wiederholt und wir drehen gerade neue Folgen. Der Sendestart ist am 22.07. um 19.05 Uhr, dann sind wir wieder auf RTL 19.05 Uhr mit neuen Folgen. Naja, ich hoffe, ich sehe dich nie bei mir zu Hause. Wenn du nichts zu verbergen hast, ist alles super, ich bin eigentlich ein netter, angenehmer Zeitgenosse, nur wenn du betrügst, dann wird es eng. Das mache ich nicht und zur Not kriegst du einen Kaffee. So, da kommen wir ins Geschäft. Patrick, ich danke dir. Patrick, entschuldige bitte. Ich danke dir. Jederzeit wieder, danke. Ciao.